Willkommen zurück zu Shadowheart 2. Es geht weiter, werte Freunde. Wir befinden uns im großen Backtracking, gerade in Florenz angekommen. Da wollten wir uns doch die Schrittzähler angucken. Gestern kam leider kein Part, da war ich ein bisschen länger shoppen. Und danach habe ich ja gestreamt, aber ich denke, ich werde den Part einfach am Freitag nachholen, dann passt das wieder. Gut, machen wir also weiter. Schrittzähler bitte. Da müssten wir 17.253 Schritte bisher hingelegt haben. Und das sollte ja wohl zum besten Preis reichen. Ich möchte einen Preis. Was ist denn ganz unten? Ich glaube, bei 8 hört es schon auf, oder? Ah ne, 10. 9 ist das höchste. Der Ultragürtel. Ja, den hätte ich dann gerne bitte einmal. Ultragürtel. Verbreiten Sie es auf der Welt. Zeigen Sie den Menschen, wie viel Spaß Laufen macht. Oh ja, vor allem wenn man rumirrt. Das macht ja so viel Spaß. So, jetzt haben wir noch 8.253. Ich möchte einen Preis. Wollen wir noch etwas? Aufstehen ist ja jetzt Quatsch. Schlag hoch, eventuell. Trefferfläche hoch, Gold der Fledermaus, Tronguide. Der Rest ist nicht zu gebrauchen, also die Trefferflächen hier. Ja, Schlag oder Trefferfläche. Eigentlich ist mir Trefferfläche fast wichtiger. Deswegen hole ich mir das einfach mal. Das andere kann ich mir nicht leisten. Ich werde mal den Schrittseller noch drin lassen. Vielleicht schaffen wir es noch auf die 7.000. Das sind... Moment mal. Ach, jetzt kann ich nicht mehr nachgucken wahrscheinlich, aber... Sind das einmalige Preise? Eigentlich... Ne, ich kann die immer wieder holen. Also theoretisch könnte man sich hier, wenn man dauerhaft rumläuft, könnte man sich die Dinger hochfarmen bis zum Gehtnichtmehr. Aber das ist vielleicht ein bisschen langwierig. Müssen wir vielleicht über Nacht irgendwie so den Controller einklemmen. Und dann sagt man hier... Ne, das machen wir natürlich nicht, ne? Also was sind denn das für Tricks? Also wirklich, ich habe es mir anders überlegt. Ne, ich glaube, dann werde ich jetzt auch nicht mehr drauf sparen groß. Ist halt die Frage, ob ich den Schrittseller jetzt nachher mal rausnehme. Aber... Ja gut, im Grunde stört er ja eben auch nicht. Wir können uns mal den Ultragürtel angucken. Ähm... Wahrscheinlich, so wie es klingt, wird der nur Stärke erhöhen. Mal gucken. Dunkler Engel. PP 20% höher. HP 20% höher. Das sind richtig gute Sachen, was wir da zuletzt so bekommen haben. MP 20%. MP Verbrauch 20% niedriger. Das ist halt auch super. Sonderangriffsstärke. Und Schaden 20... Oh... Die Zauberohrringe sind ja nice. Dann haben wir einfach mal einen Dauerbuff, wenn wir zaubern. Das muss ich mir gut überlegen, wem ich das gebe. Wer viel zaubert. Das sollte ich mir mal gut überlegen. Und wie wäre es denn hiermit, Leute? Füßliche Angriffskraft und Schaden 20% höher. Das bedeutet ja dann auch grundsätzlich, wenn wir zum Beispiel mit Fides so ein geiles Zeug machen, wisst ihr? Das sollten wir vielleicht jetzt auch mal einsetzen. Wo ist denn jetzt aber das, was ich gesucht habe? Guzifix übrigens. Halsband, das Status und Ring-Up-Normalitäten verhindert. Nice. Wir sollten unbedingt mal neue Accessoires anziehen, habe ich so das Gefühl. Hier ist der Ultra-Gürtel. Der Gürtel eines Top-Chu-Chutsu-Meisters steigert den Angriff. Warum kann er die nicht ausrüsten? Ich meine, das passt doch eigentlich zu ihm. Ja gut, aber das will ich eh nicht unbedingt. Okay. Gehen wir mal zu Juri. Wo ist er denn? Hier. Schrittzähler. Komm, wir machen den Schritt... Wir haben zwei Sachen für den Schrittzähler drin. Ich will das jetzt nicht mehr. Wir tun den jetzt raus. Und ich will die Dämonen-Ohrringe für ihn haben. Auf jeden Fall. Damit er noch besser zuschlagen kann. Und dann... Ne, ich gebe ihm nicht das Guzifix. Das soll er eine heiler Person bekommen. Wie Karin zum Beispiel. Ja. Dann kann nämlich das auch raus. Dann ist sie einfach mal vor allem safe. So. Dieses Magie-Dingens. Mit wem zauber ich denn grundsätzlich viel? Das kommt halt auch immer drauf an, wo die Symbol-Magie gerade schlummert, ne? Mit wem zauber ich denn viel? Ja, eigentlich auch mit... Nein, nein, mit Karin eigentlich weniger. Lucia? Wir könnten Lucia... Da sie ja sonst nur die Tarot-Karten hat und so... Voll auf die gute Magie trimmen. Dann würde ich ihr nämlich... Folgendes geben. Hm. Korallen lassen muss natürlich drin bleiben. Dann kriegt sie... Die tun wir jetzt mal so richtig... Aufpimpen. Und dann kriegt sie die besten Magien, die wir haben. Moment mal, wo ist denn das jetzt? Ähm, war doch da unten. Also. Der Schaden 20% hoch. Und dann noch, dass es preiswerter ist. Weil die beste Magie kostet natürlich auch viel. So. Okay. Die will ich dann auch gleich mal in Aktion erleben. Also, wenn wir das nächste Mal kämpfen. Gut. Dann hätten wir das erledigt. Ich sehe gerade, die Gruppe ist ziemlich angeschlagen. Sollten wir auch mal ändern. Und ein bisschen was nachkaufen müssen wir auch nach dem letzten Kampf. Okay. Okay, dann schauen wir uns in Florence noch weiter um. Wir haben im Grunde noch gar nichts hier gemacht. So, ich kaufe mal schnell in Items nach. Ja, da freut er sich. Der freut sich immer, uns zu sehen. So, wie sieht es aus? 20. Okay, da haben wir noch nicht so viel gebraucht. Ah, der hat noch nicht die Dreierstufen. Da müssen wir zum besseren, späteren Händler gehen. Das bringt mir hier jetzt halt nicht viel. Außer hier, das kann ich noch nachkaufen. Hier ein bisschen. Und hier gleich mal 10 Stück noch. So, Nachlass. 30%. Go for it. Okay. Gut. Items sind wieder da. Und der Bestand ist aufgefüllt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir bei Lucias älteren Dame hier, wo sie früher gearbeitet hat, die Wahrsagerin, dass die vielleicht eine Nebenquest für uns hat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was stehst du da nur so rum? Okay, Essen ist nur Essen. Der ist nicht neu. Hier darf ich nicht rein, offenbar. So, kennen wir dich schon? Florence, bitte. Ja, kennen wir. Stadt der Blumen. Ewig nicht gesehen, weißt du. Ich habe eine gute Idee zum Geld machen. Interessiert? Da gibt es diesen Schatz. Du kannst ihn stehlen und verticken. Sichere Sache. Ist eine lange Geschichte. Wenn ich dir mehr erzähle, kann mich ein Geisterfluch treffen. Was willst du machen? Hä? Von was redet der? Aber gut, erzähl mir mehr. Nerven aus Stahl. Klasse. Das Leben wäre ziemlich langweilig sonst, oder? Also. Das ist dieser riesige Spiegel, der mit seiner Geisterstimme spricht. Ein Teufel soll beim Hineinschauen herauskommen. Er hält sich anscheinend in einer alten Festung, in der Predakne versteckt. Willst du es probieren? Habe ich gerade einen neuen Dungeon freigeschaltet? Einen ganz neuen Ort? Wir werden es gleich sehen, wenn wir dann rausgehen. Aber ich bleibe erst mal noch hier. Klingt auf jeden Fall interessant. Predakne. Sagt mir jetzt aber auch gerade gar nichts. Okay, nichts Neues. Carla hieß die Gute, genau. Zu der möchte ich gleich. Die könnte doch wirklich was für mich haben. Okay. Den kenne ich, glaube ich, auch noch. Ja, alle sehr gemischte Gefühle hier. Bei der Wahrsagerin. Aber immer noch ein sehr schickes Gebäude, ne? Hat sie sich schön eingerichtet. Sehr auffällig vor allem. Als gäbe es in Florence nichts anderes. Du, Sir, du weißt, du bist dumm. Sag mir, dass du vorsichtig bist. Ah, Herr, sie heilt uns her. Okay, hätte ich mir das Zelt sparen können. Okay, ne, ist ja doch nichts für uns. Aber ich habe einen Typen gefunden, der mir was Sonderbares erzählt hat. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das was Neues eröffnet. Das würden wir auch vorziehen. Wie gesagt, neue Dungeons können wir ja gleich machen. Nur die alten Backtracks, die verschiebe ich auf später. Was aber auch nicht mehr so lange dauern wird. Wollen wir mal gucken. Haben wir was Neues bekommen? Tatsächlich. Wir haben eine Burg bekommen. Eine richtige große Burg, wo es angeblich einen Fluch oder einen Geist oder sonst was geben soll. Burg Tifaugus. Keine Ahnung, ob sie ihn echt gibt. Wer will, kann ja mal recherchieren. Da gehen wir jetzt hin, aber mit einer anderen Gruppe. Ja, wie ich schon angedeutet habe, jetzt wäre es an der Zeit, die anderen vier mal wieder reinzuholen. Das heißt, Moment, nee. Nee, ich hatte vorhin ewig lang ja die Gruppe. Was heißt ewig lang? Ja, doch schon. Mit Anastasia und all den Leuten, die nicht heilen können, ne? Kuranto, Yuri, Anastasia und Joachim. So war die Gruppe, genau. Das heißt, ich möchte jetzt doch mal eine andere Gruppe hier haben. Ausrüstung. Quatsch, was mache ich denn schon wieder? Teammitglied. Kuranto auf jeden Fall raus gegen Lucia. Ich frage mich, auf welchen Charakter diese Burg festgelegt ist. Naja, werden wir noch rausfinden, wer da wichtig ist. So, dann würde ich sagen, Geppetto vielleicht noch rein. Ich war halt schon so lange nicht mehr dabei. Level 45. Lucia war mit Level 43 total unten. Die muss jetzt echt mal länger drin bleiben. Aber wir pimpen die jetzt auch. Dann habe ich auch Bock auf Lucia. Dann bleibt die auch mal länger drin. Also, Team B, ne? So. Wir müssen mal die ganze... Es gab sowieso noch neue Symbolmagie. Nein. Wir müssen die mal wieder komplett entfernen, finde ich. Wir machen die jetzt mal alle weg hier. Ganzes Team. So. Das wird jetzt alles neu angeordnet. So. Jetzt. Ausrüstung. Sie hat 52 DK. Sie soll das Beste vom Besten kriegen. Die geilsten Angriffe. Wir haben doch so Level 16 ist das Maximum, oder? Oder 20 sogar. Hagel-Symbol. Oro-Bass. Das haben wir gerade vorhin bekommen. Noch nie ausgetestet. Okay. So. Dann. Ja gut. Wenn ich so weitermache, kann ich sie gleich nichts mehr tragen. Aber ist egal. Ist egal. Haben wir noch 20er? 20 ist halt wirklich das Maximum. 18 habe ich gesehen. 20 hier. Gusion. Zusammenkunft. Okay. Jetzt kannst du noch einen 12er haben. Haben wir einen direkten 12er? Dann wäre das perfekt. Na. Ne. Anscheinend nicht. Aber ein 11er haben wir. Böses Beschwören. Ja komm. Nehmen wir. Man sieht auch jetzt schon hier, dass es brauche. Preiswerter ist. Normalerweise kostet es ja 64 Magiepunkte. Man sieht hier jetzt schon die Vergünstigung durch die Accessoires. Okay. Nice. Beziehungsweise Moment. Ach ne. Zusammenkunft. Böses Beschwören. Okay. Jetzt ist sie richtig offensiv. So. Bei ihr natürlich wieder die Heilung. Hätte ich eigentlich nicht raus machen müssen. Aber egal. Vielleicht gibt es bessere Heilungen mittlerweile. Müssen wir mal schauen. Bei den hohen Levels. Alles kurieren. Alles kurieren. Das verstehe ich ja richtig. Weil das andere wäre ja heilen. Das ist wirklich eine Vollheilung. Gönnen wir uns. Alles kurieren. Dann noch eine Wiederbelebung. Eine gute. Mal schauen. Hagelunfall. Oh nein. Heilige Verbannung. Nein. Hier. Kur plus. Ja gut. Aber wenn ich alles kurieren habe. Brauche ich ja kein kur plus mehr. Aber Bogen heilen wäre nicht schlecht. Für den Fall. Wenn wieder ein Haufen Zustände auf uns sind. Ist eigentlich gut. Und vielleicht will ich auch mal nur eine kleine Heilung haben. Die weniger kostet. Aber ich sehe es gerade. Ist nicht so toll. Okay. Jetzt brauchen wir noch eine Wiederbelebung. Da gucke ich jetzt nicht aufs Level. Sondern Bogen kurieren. Ja. Das ist so schwach mittlerweile. Aber Kur plus. Mal gucken. Vielleicht haben wir was besseres. Hier ist die Auferstehung. 15. Da ist auch ein billiges Kurieren mit drin. Mal gucken. Habe ich noch sowas in der Art? Aufstehen alleine. Aufstehen alleine. Kur plus. Bogenwut. Wäre eventuell für Dingens was. Aber ich mache jetzt erstmal hier fertig. Sind wir schon einmal durch? Habe jetzt nicht so drauf geachtet. Kluges Verbrechen. Aufstehen und Kurieren. Hier halt wieder. Ja komm. Dann kriegt sie halt das. Und jetzt noch Bogen kurieren. Falls ich doch mal alle heilen möchte. Also sie ist die absolute Heilerbraut jetzt gerade. Sie kann jetzt natürlich... Sie hat jetzt noch 20. Ja. Haben wir noch im 20er? Ne ne. Noch eine Angriffsmagie würde ich vorschlagen. Da. Astaroth. Widerstand ein helles Symbol. Ja nice. Dann kriegt sie Astaroth. Okay. Ein Fünfer noch? Ja gut aber... Irgendwas dumm ist jetzt rein zu machen. Müssen wir jetzt auch nicht. Was ich nie benutze. Können wir auch offen lassen dann. Eingang? Eingang? Was ist denn Eingang? Kostet ganz schön viel der Eingang. Ich mach ihn mal rein. Okay. Dann zu Geppetto. Er soll buffen können. So was wie Bogenwut. So was wie Bogenwut hatten wir doch wo, oder? Dann muss ich das nicht immer mit Fides machen. Man kann es vielleicht auch mal generell sprechen. Mal schauen. Und bei ihm auf jeden Fall Buff und auch eine gute Angriffsmagie. Ruhe Plus. Ja. Ein zweiter der heilen kann, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Bogenwut. Hier haben wir es. Bogenwut. So. Dann vielleicht noch irgendwas. Was sind die hohen Levels? Hakelunfall. Nee. Wut. Rote Wiege. Heiligkeitsverbannung. Eventuell. Kurieren und Auferstehung. Komm. Ich gebe ihm auch nochmal. Im Fall, wenn Karin irgendwas passiert, dass wir hier nicht dumm dastehen und Items benutzen müssen. So. Was ist noch hoch? Level 16. Einfach mal so einen fetten Widerstand rein. Ich wünschte, das wäre ein Bogen. Also, dass es auf alle geht. Aber eine Bogenbarriere wäre doch nicht schlecht eventuell. Wenn es auf alle geht, lohnt sich das halt auch. Haben wir noch sowas in der Art? Bogenorkan. Das war, dass wir uns stärken, ne? Also, ähm, Magiestärkung. Ja, warum nicht? Vielleicht brauche ich das mal. So, er hat noch. Er hat noch mehr als genug. Okay. Jetzt noch irgendeine starke Magie, würde ich sagen. Nee, das geht nur auf 1. Das ist ein bisschen langweilig. Level 18. Sturmstachel. Ja, komm. Hast du noch einen Sturmstachel? Das sollte jetzt passen. Gut. Ich habe jetzt nur die ausgerüstet. Die anderen sind nackig. Ich weiß. Kann ich ja noch ändern, wenn wir dann wieder die Gruppe wechseln. Garantiert vergesse ich es dann wieder. Und ärgere mich hinterher. Aber ist egal. Äh, Ringanfassung nochmal ganz schnell zu Kurando. Wir hatten gerade ein bisschen viel Management. Ich weiß aber, wer weiß, was uns in dem Schloss jetzt erwartet gleich. Hier wollte ich auf jeden Fall seinen Ring pushen. Seinen ersten. So, okay. Haben wir gerade noch, ähm, haben wir, wo ist es? Angriffsschub. Wir haben Angriffsschub. Zwei Stück. Noch nicht eingesetzt. Okay. Wer will noch? Wer hat noch nicht? Äh, maximal vier. Maximal fünf. Lucia. Ab sofort. Oh Gott, ist das ein kleiner Ring da hinten. Aber egal. Sie ist gerade in der aktiven Gruppe. Also kriegt sie das jetzt. Gut. Äh, Zusatzeffekt. Gift zwei. Ist nicht verkehrt. Was haben wir? Haben wir da noch einen Dreier? Siegel. Oh, Siegel drei, bitte. Noch besser. Damit die nicht so viel rumzaubern. So. Nee, bitte die aktive Gruppe. Verzögerung zwei. Verzögerung zwei. Da haben wir auch schon den dritten. Sie hat Siegel zwei. Versteinern habe ich leider nur auf eins. Ah, das war's mit dem guten Zeug. Na gut. Lähmung habe ich leider gerade hier auch nicht. Ja, okay, das passt dann soweit. Und hier ist Instantot zwei. Okay. So. So weit, so gut, ne? Ähm. Seelenenergie. Ach, ich muss diese Dinger noch holen. Eigentlich. Aber ich mag jetzt nicht gegen die Kämpfen. Ich mag das Schloss jetzt begutachten. Da bin ich jetzt doch sehr neugierig drauf. Gut, ich glaube, das war's soweit. Die Gruppe ist vollständig. Wir haben wieder ein bisschen was ausgerüstet. Ringanpassung vorgenommen. Nun gut, dann werden wir hier nochmal speichern. Und dann geht's ab in die Burggemächer hier. So, ne, da bin ich wieder falsch. Komm, lass mich nochmal. Speichern. Zweite. Ja, da ist es. Okay. Na gucken wir mal. Juri, dieser Ort. Ja, ich dachte gerade genau dasselbe. Wovon sprecht ihr? Was ist mit diesem Ort? Wir kennen diesen Ort. Erinnerst du dich? Bevor Jovis mich und Karin auf die Reise geschickt hat, das war hier. Hm, das heißt? Ja. Die Burg, in der Amon war. Ja. Da erinnern wir uns natürlich. Das macht auch Sinn. Da waren immer diese Spiegel, wo wir Amon quasi freigeschaltet haben. In unserer Seele, in unserem Unterbewusstsein. Aber den Ort gibt es wirklich. Und da sind wir jetzt. Hochinteressant. Also ist das wohl eher Juris, äh, 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 ja, persönliche Quest. Und Karin ist ja auch in der Gruppe, von daher passt das. Okay, da wollen wir mal. Da geht's, äh, wahrscheinlich wieder raus. Mal hier lang. Vielleicht gibt's da einen neuen Dämon für uns, wäre er naheliegend. Ich kann mich jetzt natürlich nicht mehr daran erinnern, wie das damals hier war. Und ob das jetzt, äh, gleich ist mit dem unseres Unterbewusstseins. Aber es gibt bestimmt neue Gegner. Jo, die sehen ziemlich neuartig aus. Äh, Durkwar, Peck, O'Neill. Was für ein Name, ey. Okay, gucken wir mal, ob wir den allein hinkriegen. Wie gesagt, wir machen jetzt grundsätzlich 20% mehr Schaden. Okay, das ist einfach. Sind das doch die alten Gegner? Das war ja jetzt ja fast lächerlich. Aber gut, äh, die anderen werden bestimmt ein bisschen mehr aushalten. Gut, äh, sie greift, äh, auch überwiegend an. Schade, sie kann sie nicht one-hitten. Aber wir wollen jetzt natürlich... Was zum Teufel? Oh, gar nicht gut. Also doch, sie sind auf jeden Fall neue Gegner. Zusammenkunft, dass die mich da... Hallo, wir stehen schon zusammen. Die wollen mich jetzt mit irgendeiner Flächenmagie dann richtig, äh, tot sehen, ne? Böses Beschwerden. Das ist eine miese Taktik. Ganz mies, aber zum Glück macht es wenig Schaden. Ist jetzt nicht so schlimm. Aber wir stehen in der Kombo. Hat auch seine Vorteile. Na gut, ähm, ich hab dir doch, äh, was Neues gegeben, oder? Sturmstachel. Ne, das kennen wir schon, oder? Ne, das kennen... Bin mir grad ehrlich gesagt nicht sicher. Böses Beschwerden. Haben wir... Haben wir selbst schon mal den Sturmstachel gemacht? Ja, ich glaub schon. Ja gut, aber was soll ich sonst machen? Gut, ich könnte den einen kaputt hauen. Das ist nur die Frage, was man mit Shepetto machen soll. So. Aber dann haben wir noch Lucia. Und Lucia ist ja jetzt unsere Damage-Dealerin im Magiebereich. Und da wollen wir jetzt zum Beispiel Hakel-Symbol sehen. Was wir erst kürzlich beim Boss hatten. Jetzt auf unserer Seite. Und 20% stärker. Okay, Fehlschlag. Das galt im Zustand. Konnten wir leider nichts machen. Äh, Yuri ist als nächstes dran. Also, wir stehen ja noch in der Kombo drin. Oh, ist fast tot. Fast geschafft, ey. Schade. Lohnt sich das nicht, hier darauf zu kloppen. Hä? Na, dann hat Karin den noch für sich. Aber sie hatte, glaub ich, ja noch den Eingang, ne? Benutzt eigene MP zur Erhöhung des Sonderangriffs. Das Vertraue. Hä? Ich will mir das mal angucken. Ähm, drei... Moment, Moment, Moment. Benutzt eigene MP zur Erhöhung des Sonder... Oh, okay. Also, ist es eine Art Buff? Das mach ich natürlich mal auf Lucia. Mal gucken, wie sehr das Buff, wenn ich das richtig verstanden hab. Beim nächsten Such Sonderschaden. 125% mehr! Oh mein Gott, das wird wehtun. Ich hoffe, Lucia kommt nochmal dran. Das will ich mir jetzt mal angucken. Das ist ja auch eine geile Taktik. Das ist halt jetzt genau das andere... Das andere Feed ist, ne? Ne, ich will jetzt den... Ich will jetzt den Damage sehen. Ne, lasst mal... Lasst mal verteidigen hier. Das will ich jetzt sehen. Ich weiß, dann kommt... Och Gott, Lucia ist aber... So lahm, ey. Das ist ja... Ne, wir... Ich weiß, was wir machen. Wir hauen Siegel raus. Siegel... Komm, gleich Speed-Siegel hier. An Lucia. Ja. Das ist ja unterirdisch, wie lange die braucht. So. Vielleicht kriegen wir sie doch noch in der ATP-Leiste vor. Ne, glaub ich aber nicht, dass das so schnell geht. Äh, Objekte. Hauen wir die Siegel raus. Das müssen wir ja eh mal wieder machen. Speed-Siegel. Lucia. Wir wollen dein Damage sehen. Okay. So, dann... Haben wir wenigstens mal wieder Item-Management gemacht. Das war schon notwendig nach all der Zeit. Dominanzkraft... Kriegt auch Lucia. Sie hat ja die relativ teuren Dinge. Heute ist echt ihr Tag, ne? Die ganze Zeit so vernachlässigt und jetzt... So viel Liebe auf einmal. So, dann... Siegel, der... Okay, aber das Zeug kriegt nach wie vor Yuri. Da kenn ich nix. Den machen wir so was von OP, den Kerl. Okay, es ist soweit. Wir machen nochmal eine Magie. Sie ist ja gebufft. Ähm, böses Beschwören. Wir haben... Ach, ja. Da haben wir ja auch die Zusammenkunft jetzt. Okay. Wasser-Widerstand. Ja, aber das Haken-Symbol ist ihr stärkstes. Auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie der Damage jetzt ist. Sogar am Perfekt hingelegt. Und man könnte ja noch grundsätzlich buffen mit einem Orkan. Das könnte man theoretisch auch noch obendrauf. 30 Prozent. Yo, 787 Schaden. Und jetzt stellt euch mal vor, da wären noch die 30 Prozent obendrauf. Das ist halt jetzt wirklich der magische Fetus, ne? Wir haben jetzt quasi den Gegenpol erschaffen. Das ist perfekt. Somit können wir uns auf, äh... Ja, jeden Gegner halt einigen. Dann hätten wir diese dumme Maschine auch deutlich schneller gelegt. Äh... Na, ihr wisst ja, welche ich meine. Okay, cool. Ja, es macht... Es ist schon sinnvoll, sich, äh... Gut vor Ort zu bereiten. Es ist nur schade, dass ich so spät auf den Trichter kam. Äh... Der Spiegel ist ziemlich zerbrochen, ne? Das ist halt jetzt die Frage. Ist das... Ist das... Genau der gleiche Ort? Also, oder ist der anders? Ich wüsste es eh nicht mehr. Aber dass der Spiegel zerbrochen ist, ist schon mal ein interessantes Detail. Das war nämlich früher... ...nicht der Fall. Ich kann auch nicht mehr mit denen agieren. Okay, der ist noch ganz. Und es ist wie früher. Wir können immer noch... Ich wollte gerade sagen, in den Spiegel eindringen. Nein. Wir können Gegner im Spiegel machen. Mal schauen, was danach passiert. Ähm... Oder mussten wir das früher auch immer erst? Und dann konnten wir rein? Ich weiß es nicht mehr. Ist zwar noch nicht so lang her, aber... Ja, ihr kennt mich ja. Na gut, ähm... Dann hauen wir die schnell weg. Sind zum Glück nur drei Gegner. Das sollte schnell gehen. Ein neuer ist sogar dabei. Der da hinten. Der ist ja süß. Okay, hauen wir den zuerst weg. Das ist ja schön, dass die Gegner jetzt nicht so das große Problem sind. Äh... Wollen wir mal, äh... Lucias, äh... Drei-Fächer-Angriff sehen. Kennen wir ja auch noch nicht. Oh, Muskieter hält aber viel aus. Sehe ich gerade. Oh je, oh je. Okay, getroffen. Ja, 165. Ist doch in Ordnung. Sonderangriff 30% erhöht. Oh shit. Nicht gut, was der da macht. Nicht gut. Ähm... Sturmstache. Komm, hau raus. Der hält mir ein bisschen zu viel aus, der Kerl. Oh je, das war schon gut. Und das könnte das Ende des Riesenbabys sein. Ah, der erst hat nicht getroffen. Aber es reicht trotzdem sehr schön. Gut, da bleibt nur noch das Vieh. Das ist jetzt gebufft, aber... Sollte jetzt nicht der Untergang für uns bedeuten, hoffe ich. Siegel. Okay, nicht schlimm. Wir kloppen jetzt einfach weiter drauf. Ja, der hält nicht mehr viel aus. Dem Baby werde ich immer eine Magie draufhauen. Aber die anderen, die gehen schnell. Natürlich haben wir gewonnen. Schön, schön, schön. Ähm... Level up. Ja, jetzt ist der auch zerbrochen. Und wir haben irgendwie nichts davon. Hm. Ist aber vielleicht wichtig, dass wir die zerdeppern. Der ist auch kaputt. Ja, das muss der gleiche Ort sein. Da oben sind auch diese Lichtdinger. Sehr interessant. Aber... Kiste. Oh. Komm, gucken wir doch gleich mal, was es kann. Bevor ich das wieder schleifen lasse. Und dann überrascht bin, was ich alles so habe. Wenn wir heute so schön dabei sind, das müssen wir ausnützen. ProWove, oder wie der heißt. Lass mal gucken. Ist ja alphabetisch geordnet. Genau. Hier. Ein 18er. Hakelunfall. Hakelunfall. Heiligkeits... Hakelunfall ist neu, oder? Äh, da würde ich gerne tauschen. Sturmstachel. Und dann probieren wir das gleich im nächsten Kampf mal aus. Hakelunfall. 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 Dies ist ein seltsames Schloss, das irgendwo in der Zwischenwelt erbaut wurde. Es nennt sich Spiegelschloss. Ihr könnt euch überall im Schloss bewegen. Aber wenn ihr euch in der Spiegelwelt verliert, dann gute Nacht. Oh, oh. Das klingt nicht so gut. Danke. Und wer seid ihr? Ich bin einfach nur ein Diener. Hm. Wenn ihr in die Spiegelwelt geht, dann könnt ihr euch leicht verirren. Seid vorsichtig. Oh, oh. Der macht mir ein bisschen Angst mit dieser Spiegelwelt. Okay. Na gut. Drei Wege. Wir gehen mal nach links. Aber noch nicht in die Spiegelwelt. Die halten wir erstmal außen vor. Wird mir erstmal gern die normale Welt zu Gemüte führen. Aber die Spiegelwelt werden wir wohl brauchen, um versteckte Areale zu bekommen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Also hier ist ein intakter Spiegel. Was ist hier? Nichts mehr. Okay. Also, wahrscheinlich gibt es eh in jeder Richtung einen Spiegel. Okay. Machen wir noch den Kampf. Ich denke, im nächsten Part werde ich dann rausschneiden. Oder ich mache das Wochenthema. Mal gucken. Eins von beiden. Denn diese eine Magie, die würde ich natürlich gerne noch vorführen. Die wir gerade bekommen haben. Das ist auch gerade passend, weil wir wieder ein Baby haben. Wie das klingt, ne? So, gut. Dann, komm, den kannst du jetzt schnell wegkloppen, bevor der irgendwas Dummes macht. Gut. Jeppetto darf zaubern. Okay. Böses Beschwören. Okay. Aber die machen so wenig, so wenig Damage hier. Das ist deutlich einfacher wie das davor. Okay. Also, heilige Verbannung. Das kennen wir ja, ne? Aber den Hagelunfall, den würde ich jetzt gerne mal sehen. Aber schön. Trifft sogar beide. Ich würde aber gerne primär ihn treffen. Los geht's. Ah, okay. Gut. War in Ordnung. Ist jetzt halt keine höchste Grads-Magie. Aber ist okay. So. Das hauen wir jetzt einfach weg. Da lohnt sich jetzt nicht mehr, die große Magie von Lucia auszupacken. Fächer ihn kaputt. Wedel ihn weg. Yes. Ja, so schnell kann's gehen. Chillig ist jetzt der Dungeon. Ich hab nur Angst, dass ich mich wieder so richtig verirren und verlaufen werde. Vor allem in der Spiegelwelt. Wenn die wirklich so sein soll. Okay. Mal gucken. Da oben ist eine Tür. Okay. Da schauen wir grad noch rechts rum. Noch ein Spiegel. Okay. Was machen wir zuerst? Ich würde sagen, wie gesagt, wir bleiben erst in der Normalität. Und gehen dann also durch die Tür. Allerdings erst das nächste Mal, werte Freunde. Wenn es hier wieder heißt, Let's Play Shadow Hearts 2. Also, bis denne.